Hallo, ich bin Markus, ich bin Bike-Experte bei GIGASPORT und heute erkläre ich euch ein bisschen was über die E-Bikes und die Motoren. Jetzt kommen wir zum ersten E-Bike, ein Trekking E-Bike von Merida mit dem Shimano Steps App 8 Motor mit 85 Newtonmeter, dann mit einem integrierten Akku mit 57 Stundenwatt Leistung. Da hat man ungefähr eine Reichweite von 190 Kilometer. Jetzt kommen wir zu einer österreichischen Marke, KTM, die haben alle die Makila Serie, haben alle einen Bosch Motor und in dem Fall auch ein Performance Line CX Motor, den stärksten unter die Bosch mit 85 Newtonmeter und einem integrierten Akku von 57 Stundenwatt und da hat man auch eine Reichweite von bis zu 190 Kilometer. Unter die Bergziehen von euch haben wir auch ein E-Fulli, in dem Fall stelle ich euch ein Giant-Modell vor, die was alle im Macher-Motor haben, mit dem von den stärksten mit 85 Newtonmetern und einem integrierten Akku von 625 Stundenwatt und da hat man eine Reichweite von circa 140 bis 150 Kilometer und bei 1000 Höhenmetern circa 80 Kilometer. So, das war jetzt ein kleiner Einblick über die E-Bikes bei Gigasport. Kommt vorbei und wir finden für euch sicher das richtige Modell.